So, hallo, wir sind zurück bei Coop Quest 2, nachdem das letzte Mal der Flo einen Blue Screen bekommen hatte, haben wir nach 16 Minuten halt schon aufgehört und nicht nach 20. Das hat eh nicht funktioniert. Und ich bin jetzt mal auf Tastatur gewechselt, das wird nicht sehr viel bringen, aber mal gucken, mich interessiert's, ob ich jetzt... Aber mal schauen, ob ich jetzt ein bisschen besser hier die Steuerung hinkriege, aber ich schätze mal nicht. Ich glaube, es liegt nicht an der Steuerung. Das ist halt schon... Dass es scheiße unfair ist, wenn eine andere die Gegner so über einen hovern lassen kann. Ja, schon. Ich glaube, das ist halt wirklich so... Trotzdem fühle ich mich nach wie vor an der Tastatur einfach wohler, aber ich will es ja auf Gamepad letztendlich umstellen. Und jetzt schaffst du es beim zweiten Versuch. Tja, nee. Das glaube ich nicht. Husch. Uh. Nein. Der scheiß Pilz löst sich nicht aus. Daneben ohne. Uh. Was? Fuck. Hoch, 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 hoch. Ah, wusste... Okay. Oh, was? Ist mir scheißegal. Nein. Ich glaube, das macht doch ein bisschen was aus. Äh. Nee, ich habe einfach... Oder du warst einfach nur schlecht. Ja. Oh Gott. Hier? Ach, da waren wir ja letztes Mal schon mal, ne? Ja, wirklich? Ich habe voll vergessen, dass wir schon so weit waren. Also, dass du schon so weit waren. Wir waren beim Boss. Stimmt. Ach ja, soll ja dieser blöde Radfahrer... Ja, was meinst du, wo das Problem jetzt gleich wieder liegen wird? Wow. Unter anderem hier. Oh! Mist. Das war... Das ist erstmal... Ja. Ja. Das ist eh wie der... Nein, also... Ja, das ist... Auch das mache ich immer gerne. Aber immer habe ich jetzt mal 26 Leben, um hier durch die Dupline zu gehen. Boah, das ist einiges. Ich kann ja mal den Zestet laden. Ja. Keck. Ich brauche ewig bis runter. Warum wartest du, dass es abgekommen ist? Das hast du gemeint, dass das nicht geht. Ja, man kommt hier eh durch. Das haben wir ja schon das letzte Mal gesehen. Ja. Der ist tatsächlich nutzlos. Tschüss. Ach, scheiße. Okay, du wirst du nicht steuern. Was? Ich kann dich steuern? Warum kann ich... Ja. Oh Gott. Ich verrate dir die Steuertricks nicht. In Mario... Und wie auch beim Finanzamt. Top Kek. Geht aber scheiße. So. Uhu. Uhu, Colin. Was denn da los? Okay. Uhu. Vor allem der Geber im Boss. Na, das wird ja super. Oh. Oh. Das ist so scheiße. Quick. Oh Gott. Wird er es schaffen? 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 Oh, nee. Alter. Oh, 69 Münzen. Kek. Na, wir sind ja keine Zwölfjährigen. Ja. Ah ja, und Conan reingeht und meine Stimme klingt schöner auf der Aufnahme. Es gefällt mir. Ja, deutlich. Perfekt mir. Also ich versteh... Ja, tschüss. Tschüss. Ich versteh halt echt nicht, woran es gelegen hat. Das ist jetzt ASMR. Das ist jetzt ASMR. ASMR, let's play. Was? ASMR. ASMR, Mann. Ja, ich hab ASMR verstanden, aber ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind doch die, die so ins Mikrofon flüstern. Sind das die? Aha. Ja. Nie gehört. Das musst du mal auf YouTube suchen, Conan. Nee, ich glaube nicht. Ganz nah ans Mikrofon. Das löst irgendwie was aus bei denen. Okay. Ich will jetzt den ganzen Wort so reden, Conan. Tu das. Okay. Stirb. So blöd. Der Hit war so unnötig. Oh mein Gott. Stirb. Ah! Bist du bekloppt? Oh, war ein bisschen laut. Ach nein, springt da schon der Arsch. Ah. Das war ein bisschen sehr arg laut. Ähm, wenn sie mit dem zweiten Teil und nicht mit dem ersten. Das ist schon mal viel wert. Ja, noch 23 Mal. Ja, auch mal 24 Mal. Oh. Kacke. Oh. Hallo? Ah, der Sprite ist super. Das sage ich jetzt jeden Part. Mhm. Ich mag die Mancha-Sprites. So wie du jetzt die ganze Zeit überflüsterst. Wie? Ich flüster. Du wolltest die ganze Zeit überflüstern und hast da angekündigt und jetzt redest du die ganze Zeit wieder normal. Das ist mir zu anstrengend, Conan. Ach was. Oh, du kommst mir gefährlich oft zum Boss. Und wirst auch gefährlich oft direkt getroffen. Oh! Oh, oh. Usch. Ach. Nein, der ist doch Kacke. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Oh! Oh! Oh. Kacke. Der indirekt. Ah, diese blöden Mancha da oben. Ah. Tschüss. Ciao. Ja, unnötiger, that's right. Der auch ein. Mit dem konntest du mich gestern voll ärgern, aber wenn du ihn nicht mehr nutzen willst. Ja, muss ich mal gucken. Hier ist als rechts auch allein. Ja, dafür stirbst du hier immer. Durch diesen Knochen tragen. Wieso ist hier keiner? Ja. Nervös? Nervös? Ja, scheiß. Das war so klar. Geht doch weg. Oh, nee, ey. Jetzt hörst du mich direkt an die Tür. Jetzt komm ich nicht mal mehr dahin. Ah. Ah, gut. Jetzt weiß ich, was ich mit dem mache. Ich bin direkt an die Tür. So. Hä? Achso. Du hast ihn einfach zu der Münze werden lassen. Jo. Gekonnt, Conan. Ne? Oh boy. Das ist doch Zeit. Du hast 400 Sekunden. 400 Mario Sekunden. Wo ist denn der Pilz? Na gut. Weil ich ins Feuer gefallen bin und den Pilz nach oben drin hat. Ah, ja. Ja, so wie jetzt nämlich. Das hat dich so irritiert, dass du gestorben bist. Hallo? Weißt du was? Achso. Ich dachte, das wäre schon wieder irgendwie was abgebrochen. Ich will jetzt mal gucken, ob es da hinten wirklich eine Feder gibt. Würdest du wirklich versuchen? Wir probieren es einmal nochmal. Aber du weißt schon, dass es dieses komische Sägen-Level hier ist. Ach, ich... Wirklich? Ach, das... Ach, das... Das sind Sägen hier. Ach so. Ich dachte, das ist... Oh Gott, jetzt kannst du mit dem Ding auch mit deinem Weinen umgehen, oder was? Hilfe. Du wirst mich doch verarschen. Ach, du Schade. Sonst sind die dir... Wie willst du jetzt hier hochkommen, Gottes? Sonst sind die dir immer runtergesegelt und jetzt gehst du mit dem Ding um, oder was? Oh Gott. Du willst doch das letzte Bell in die Länge ziehen, Galle. Eigentlich nicht. Ich lad die mal neu rein. Ach, scheiße. Die bleibt da, oder was? Ja. Oh boy. Topkick. Das wird wahrscheinlich dann wohl eher nicht funktionieren. Ach, nee. Das machst du einmal und dann hast du keine Lust mehr. Ja, ich glaube auch. Okay, die dürfte weg sein, ja. Oh, weia. Oh nein. Oh, los. Puh. Sheesh. Der Baujahrzweck. Sheesh. Wolltest du das sagen, oder? Du bist doch blöd. Was willst du tun? Du bist doch blöd. Oh Gott. Mama. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, falsche Richtung. Gott sei Dank. Den kann ich nicht steuern. Fazi. Du steuerst schon genug. Ah. Ich will die Pilze steuern können. Ich würde sie niemals zu dir lenken. Damit eines klar ist. Oh nein, damit wir pointen. Ja, da kommen wir hin. Da hält mich nichts mehr von ab. Brauch kein Kumpar. Ach, das war blöd. Ja, das war... Ah. Ja, die Segen wirst du damit nicht abwerfen. Echt wahr? Huch. Das ist wahr. Jo, ciao. Was? Oh. Toll, an den ging er sich nicht gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich krieg dich schon rausgesqueent. Ja. Ja. Oder ich mach das selber. Genau. Das ist ärgerlich. Ich find's gut. Oh, was? Es funktioniert. Oh Gott. Oh, scheiße. Stirb. Nein. Oh Gott. Stirb. Oh Gott. Stirb, got it. Da komm ich nicht mehr raus. Ach, du scheiße, Alter. Was ist das denn? Einmal noch, aber dann geh ich wieder zurück. Oh Gott. Ja. Flip. Die Segen sind witzig. Also die Kreissegen und die Kettensegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, nö. Okay, sie ist weg. Gratis. Hoffentlich bleibt sie das auch. Ja, es bleibt sie auch. Gott sei Dank. Meine Güte. Oh, dann flieg ich halt mit dem Cooper dahin. Als ob der mich ins Problem machen würde. Mist. Was ist daran eigentlich schwierig? Nix. Ja. Fuck. Fuck. Oh. Ich glaube nicht, dass ich mir nochmal bis dahin komme. Und es ist wahrscheinlich eh nur eine Feder in dem grünen Block drin. Und die müsste man dann deshalb überbehalten. Das ist doch... Das schafft man doch nicht. Da wird man doch von den Swamps vorher abgekackt. Oh Gott. Ja. Ach du Scheiße. Ja, Alter. Du fliegst halt mit dem Dingern durch die Gegend, Mann. Ich kann mir leider nicht so gut steilen wie ein Banzer will. Ja. Ja, das ist... Okay, wir gehen zurück. Ich gebe auf. Grüner Block ist passé. Hui, hui, hui. Das war eine Idee, aber... Hui, hui, hui. Na, na, wenigstens hast du mit Webpoint. Ja, das... Da wäre ich euch gegangen, wenn das... Oh, du hast aber ein paar Leben verschwendet. Ja. Richtig. Ach, Mann. Tja. Wie schafft man das? Wie kann man nur so ein Connit sein? Also, wie schafft man das? Geh doch weg. Jetzt fehlt es nur noch, dass ich dreimal mit dem gleichen Swamp töte. Das hast du bisher noch nicht geschafft. Nee. Das hast du gestern aber auch schon mehrmals gesagt, falls man es gehört haben sollte. Das ist so blöd. Oh Gott. Ja, tschüss. Nein. Nein, er ist weg. Nein. Ähm. Ach, nö. Das kann ja klicken. Ja, das... Ja. Ist das ja nicht der Kirby Boss? Ich weiß es nicht. Nein. Nee. Das ist nicht der Kirby Boss. Doch, keine Ahnung. Der wäre doch komplett anders. Da würde hin und her... What the fuck? Glitch. Mhm. Ach, Mann. Kackwurst. Nein, ich bin hellgeblieben. Ich bin hellgeblieben. Nein, 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 nein. Es tut mir leid, liebe YouTube-Zuschaue. Wir werden das Level noch ganz lange sehen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Also, ich wüsste nicht wie. Nie. Und ich bin sehr... Ich bin sehr gespannt, ob du es schaffen wirst, wenn ich dann den steuere. Ich bin echt gespannt. Weil das wäre schon cool. Wenn du das wirklich hinkriegst. ich kann es mir aber nicht vorstellen da konnte nervös weil er ist zu schnell nicht nervös du kriegst mich nicht dreimal mal einfach in fünf stunden fahrt auch das 880 münzen gleich nicht mehr jetzt nicht ja vergiss es ja der ist halt echt jedes mal jetzt noch mal können diesmal nicht das ist natürlich jetzt blöd ich lasse mir einfach hinterfallen so als zweiter thwomp ja das ja das war geplant der hdma effekt gefällt mir übrigens sehr gibt alles dunkel das ist mir noch ein bisschen zu groß der kreis um ehrlich zu sein ich hab dir gleich einen großen kreis ich lerne es auch nicht konne hat dazugelernt zum 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 nö dreck jetzt wird halt das hier auch echt hektisch weil du jetzt mit dem ding wieder gut umgehen kannst man muss die level schaffen während der gegnerische spieler noch nicht gut klar kommt mit dem zeug mit dem ersten film kannst du denn weißt du auch irgendwie nie aus das war jetzt komm sag ich das ja scheiß auf den pilz richtig äh tschüss nein der ist runter so das ist auch dämlich das ist so kacke dass man denn nicht streng dich doch mal an und und 20 minuten bei der aber ich denke leben verspielen wir noch ja ja ich wollte gerade sagen ich habe es noch kommen sehen aber dann war es zu spät ne feder bei dem boss wäre echt so episch fuck man also ich weiß auch gar nicht auf welcher seite die zuschauer aktuell sind hast du mich hast du mich weil die paar zu lange dauern oder das wird so dass ich denke die einen werden wahrscheinlich sehen wollen wie es weitergeht und den anderen freut es wenn ich sterbe also ich bin glaube ich auf jeden fall ich wäre letzteres ich habe mich gefreut als zyni dich umgebracht ich wollte gerade sagen es wird also polarisieren ja es wird ein riesen krieg ausbrechen ja natürlich sofern sich die leute das antun mit dem anfang wo man sich nicht so ganz so das ist echt schade weil es war eine tolle aufnahme geh weg ja ich komme oder oh das klang falsch ach also bitte ja wie was denkst du denn da wieder auf den schweinenkram konntest ich nicht du hast gesagt das klang falsch oh nein oh oh der schießt auch noch ne ich weiß es nicht das habe ich nur vermutet oh ich habe keine ahnung ja keine ahnung aber es gibt ja bosse die sich so stück für stück aufbauen je öfter du sie triffst der wird ja auch der fängt ja dann an zu springen nach dem dritten hit und nach dem vierten hit das hat er zehn keine ahnung ich hoffe nicht fünf maximal sonst kriege ich echt ein problem also wenn er zehn hat wäre das auf jeden fall unfair ja für den einzelplayer nicht aber ja 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 ist egal ja dann halt nicht ach nee ach nee jetzt nimmt er den mit was ich gut an dem weg finde ist dass du keine save states benutzt ja 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 hat übrigens keiner unter das halls of asgard video geschrieben oh toll dass du mal ohne save states gespielt hast nein wird immer nur geschrieben du hast selbst jetzt benutzt hast du denn hast du denn ach fuck man stirbt doch mal ich kann nicht auch ah ah das darf ich so nicht machen ja das alles noch gut hast eine gute ausgangsposition ja die nützt mir nur nix du mich da drin richtig verprügeln wirst ja eigentlich drei jetzt oh ich hätte ich so gerne einen save state verdammt vergiss es das kann was werden können den abschießen nein leider nicht das ist ein dummer hätte ausgewickelt nein ausgewickelt ich hoffe ich bin derjenige der zuletzt lacht was anderes ist nicht akzeptabel ich lache immer als letzter ich bin doch grundoptimist auch wenn die welt gerade zu grunde geht oh oh bist du also ein besorgter bürger nein ganz bestimmt nicht geh weg ich bin ein unbesorgter bürger oh nein hat den jetzt immer noch leines hat er nicht mehr Gott sei dank dafür spiele ich den thrimp jetzt richtig klug ja 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 ich merks tja da will er die blume nicht nö ich hab's ja 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 gut das ergibt auch keinen sinn wenn du zwei willst eben hm nein ja das ist nein oh konne dass man den sofort wieder ach das ist so ne scheiße hey normalerweise müsste der eigentlich einen moment äh auch für mich untreffbar sein wenn ich ihn treffe aber das ist er eigentlich glaub mir irgendwann mach ich einen fehler und und fliegt mit diesem äh knochentrocken nach oben und raus oder ja dann bin ich zu aufgeregt und verhaust trotzdem ja ja was denn da nix alles gut ich lach gar nicht ich weine eigentlich wenn ich das traurig finde wie du spielst ja natürlich ach scheiße kürz ja da oben So ein Müll. Attacke. Nein. Mist, Mist, Mist. Pfff. Nein. Äh. Äh. Boah. Tot. Was war denn, wenn die Leben hier weg sind? Noch ein paar an oder was? Ich weiß es nicht. Wir machen den Part... Ja, keine Ahnung. Ja, die Leben machen auf jeden Fall in dem Part noch weg. Ja. Dann ist mal ganz klar. Ich würde auch noch ein Part machen. Aber dann würde ich, glaube ich, erst mal abwarten, was die Leute sagen. Wie? Was wollen die denn sagen? Ja, ob sie... Viel besser, Conan. Ob sie das halt so sehen wollen oder ob sie lieber Fortschritt sehen wollen. Ja, wie? Willst du jetzt, dass ich mit Absicht schlecht spiele, oder? Nö, dann spiel den Singleplay einfach weiter. Oder ist der Sinn? Das ist der Sinn weg, Conan. Das würden die Zuschauer nicht gut finden. Nein, das war ja auch nicht ernst gemeint, Mann. Ich glaube, Dark und Lux sind auch auf meiner Seite. Quäle den Conan, Herrschwein. Mit Sicherheit. Robju wird wieder schreiben, so eine Kacke spielst du, aber Quäle den Conan spielst du ab. Wahrscheinlich, ja. Sorry, Robju. Aber ich fand Quäle den Conan auch gut. Schleim. Ja, aber die Level von Dark schaffe ich einfach nicht. Ja, die sind aber gut. Ja, die sind super gut, aber viel zu hart für mich. Das ist halt noch nicht Pit, aber es ist schon... Nee, das krieg ich nicht hin. Viel zu hart für dich. Das heißt für Slow-Mo und Kram. Das höre ich des Öfteren auch. Jaja. Oh, Mann. Das wird jetzt einmal zusammenreißen, Darkonnen. Ja, das... Ja. Ich bin einfach zu gut. Oh! 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 Keine Ahnung, wie ich da wegskomme. Das ist... Das grenzt an Unmöglichkeit. Real Talk ist halt schon echt schwierig, finde ich. Ich bin echt... Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, wie du dich anstellen wirst. Ja. Mhm. Das war gar nicht mal so... Ja. Ungefährlich. Scheiße. Ach, Mann. Na, zwei Powerops brauchst du eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Das ist doch ein... Ich gebe mir mal ein bisschen Vorsprung, wollte ich sagen, und dann stimmt. Dieses Kack-Ding, Mann. Erst hat so eine lange Unverwundbarkeinsphase, der man trotzdem noch von ihm getroffen wird und... Das ist echt ein dummer Boss. Aber ich merke auf jeden Fall, es ändert nicht viel, ob ich mit Hassitur oder ohne spiele. Ich fühle mich zwar hier... Beweglicher, sagen wir es mal so. Aber beim Boss zum Beispiel wird es nicht anders. aber es ist sehr optimistisch mit acht parts na ja wir brauchen ungefähr acht parts bis es vorbei ist na ja ja gut kann ja noch kommen der nächste part wird dann halt entweder so lang gespielt bis du keine lust mehr hast und mich gewinnen lässt oder bis ich es tatsächlich geschafft habe also der nächste part wird wahrscheinlich dann zwei oder drei stunden ist dein ernst ja was soll ich anderes machen ich will auf jeden fall nicht noch mehr einzelparts mit dem kampf haben das ist quatsch deswegen ja die zuschauer glaube ich wohl noch einzelfahrt sehen ja ja gott peinlich selbst wenn man halt die feder hätte dass man bekommt die doch nicht mit dahinten bis dahinten mitgenommen der seite du damit spust ist nicht du flimmst anlauf fliegst ja genau auch nicht hier fliegen ist schon recht können könnte das ich käme schon nicht mal hierdurch ohne die feder zu verlieren er hat er mit spusten dann direkt wieder anlauf nehmen und wieder damit zumal du dich noch viel krasser anstellen würdest wenn ich jetzt wirklich eine feder hätte sie mir auf jeden fall wieder abzuluxen also real talk ich spiele schon so gut wie ich kann ja aber du schaffst ja hier mich zu treffen insofern ja das stimmt die feder wäre sowieso weg das ist ein super spielkonzept da muss es auf jeden fall mehr hacks von geben gibt es aber leider nicht du zieh dich ja jetzt hast du mich aufgescreen da kommt wieder das ist das problem was sind die banzai-pilz ja trau dich komm zu mir ach komm die adresse kennt jeder ja trotzdem illegal adressen auf youtube zu veröffentlichen ich hab doch meinen jura 1x1 gemacht ach ist es das ja ja und im twitch-channel war nicht uronottenstraße es ist garantiert nicht illegal ja das war's ja cool ja so heißt der heck cool oh man oh man ja danke fürs zuschauen ich weiß wie gesagt nicht wie wir das jetzt hier machen aber thank you das sehen wir noch im nächsten part dann wenn wir den irgendwann aufnehmen den nehmen wir nämlich jetzt noch auf nein ja wieso einen part können wir noch aufnehmen oh das bringt doch nix ich hab keine chance da hinten durchzukommen ja wenn du so eine einstellung hast dann wirst du es nicht schaffen genau deswegen müssen wir wieder aufnehmen wenn ich wieder eine bessere einstellung habe nö jedenfalls danke fürs zuschauen tschüss tschüss